Im letzten Stream hat mich einer meiner Sadisten-Mods herausgefordert. Weißwedel, 123 Meter, ohne Visier, verwertungsgerecht. Ich hab die Herausforderung angenommen, bin losgezogen und hab ausgerechnet dann, was selten ist, gefunden. Oh shit. Da ist einfach mal ein riesen Weißwedel mit ordentlich Diamantpotential an uns vorbeigelaufen. Also haben wir sein Trinkgebiet gesucht und den Weißwedel schnell wieder gefunden. Erst dachte ich noch, das kann nicht so schwer sein, aber dann ist mir aufgefallen, dass der Hirsch auf die Entfernung doch ganz schön klein ist. Ich war jetzt etwas nervös, aber wollte kein Rückzieher mehr machen. Ich hab mich besser positioniert und den Hirsch ins Visier genommen. Er lag sofort, aber ich war mir nicht sicher, ob ich ihn im Rücken mag und damit nicht verwertungsgerecht erwischt hatte. Wir sind zu ihm hingelaufen und haben erstens gesehen, dass er wirklich groß war und zweitens, dass der Schuss gepasst und der Hirsch diamant war.